Wie haben Sie die letzten zwei Jahre erlebt? Sie sind ja unheimlich erfolgreich geworden. Also zwei Jahre sind ziemlich lang. Ich glaube, ich habe viele Abenteuer erlebt, durfte in vielen großartigen Projekten davon teil sein und habe tolle Erfahrungen gemacht. Heute geht es um einen tollen neuen Duft. Mal ganz allgemein gefragt, was ist das Schönste, was Sie in Ihrem Leben gerochen haben? Das ist eine gute Frage. Ich liebe den Geruch nach dem Regen, wenn alles so ganz frisch riecht. Ich glaube, das ist eines meiner Lieblingsgerüche. Sie sehen wahnsinnig gut aus. Wie halten Sie sich fit und gesund für den Alltag? Sport, Schlaf, sehr viel Wasser. Ich lese viel. Ich habe gute Leute um mich, die meine Seele pflegen. Es gibt ganz viele kleine Tipps. Letzte Frage. Wünsche und Träume für die Zukunft? Gesundheit, dass es wieder Frieden auf der Welt gibt. So viele. Vielen Dank. Danke schön.